So weiter geht es. Wir bringen jetzt hier die Schriftstücke zurück. Direkt daneben ist ja auch noch die andere Quest. Da gehen wir auch noch was sammeln. Rumentafeln. Also erstmal hier hin und weiter geht es. Ich habe ein paar von Beggers Büchern geborgen. Was? Achso. Meine Güte. Ihr habt etwas davon gefunden. Ja. Ich dachte sie wären beim Angriff verloren gegangen. Sie war ziemlich gebildet, wisst ihr? Danke, gütiger Wanderer. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig. Aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Skossland getan hat. Und die Quest abgeschlossen. So, dann gehen wir zu dem anderen Bereich da. Da noch gar nicht entdecken wir das auch mal auf. Ja. Ja. Es wird ein grosses Kurslar. Äh, das wir machen kann ich jetzt hier. Na ja. Wie? Ja. Äh. Okay weiter, da sind noch mehr Gegner. Ich muss warten. Da liegen sie alle Platz. Kein Problem. Der ist C, ne? So ein kleiner Pipi ist C. Riesen Axt. Rekta auch noch erhöhen. Da kann man nicht rein. Geschicklichkeit würde für alle Charaktere auf 2 erhöht. Ach so, das ist jetzt das neue. Einfordern. Sehr gut. Ziehen weiter. Ich muss warten. So. 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 Viele von ihr sind Schlangen, das war er nicht. Wir haben noch einen Punkt. Sender war voll gemacht, dann würde ich sagen... Mal hier einen rein. Krass, haben wir dieses Gebiet da auch. Wir machen dann noch so eine Ehrenrunde da hinten. Das war's für mich. Schau mal, schau mal. Boah echt, einfach der Killer. Ich muss warten. Vielleicht schauen wir los. Dann gehen wir mal rein oder? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Beteiligte. Es bin nicht da. Ich bin nicht da. Sondern es sind nicht da. Ich bin noch nicht bereit So, mal sehen Mal sehen, genau Einer lebt noch Flasho aus, auch erledigt Sehr cool Gut, dann gehen wir wieder raus Zack Dann haben wir das auch gemacht So, wo geht das jetzt weiter Und jetzt noch Das war hier Ja Tangent oder was Ich möchte gerne hier irgendwie weiter Wir gehen einfach so rüber und decken das auch hier auf Wenn wir schon mal hier sind Das ist echt schön gemacht die Map, ne? Jetzt hat er das wieder freigeschaltet Achja, da oben sind wir Skelette Oh, hier ist ein Event, ne? Ein Icones Was ist das eins? Ist das eins? Verlässlich Wir sind das jetzt Verlässlich Das ist ein Wir sind ein Wann 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 Ich komm hier mal wieder Hier holen wir die Leute Ich komm hier Ich komm hier Ich stirb Noch mehr Ich muss warten Das war alles Okay Haben wir hier auch alles Fantastisch Zack Alles aufgedeckt Das ist dann wieder ein anderes Bereich Anderer Bereich Okay Da ist ein Keller Direkt vor uns Das ist dann wieder ein Das war mal den Keller 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 Das war mal der Das war mal der Das war mal der Das war mal der Waren sie mal. Und den auch nicht. Und einen Großhals. Und dann gehen wir wieder raus. 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 So. Und noch mehr. Und dann gehen wir wieder raus. Und dann gehen wir wieder raus. Und dann gehen wir wieder raus. Ich bin noch nicht bereit. 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 Jetzt machen wir das hier auch alles. Eben war das noch so weit weg. Jetzt sind wir bisher hin angekommen. Lass es mal in diese Richtung gehen. Ich bin noch nicht bereit. 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 Oh nein. Ich komme gar nicht darüber. Was heißt warum? Ich bin gleich tot. Ich habe zu viele gesammelt. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch 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 bereit. Das war's für heute. Da sind wir jetzt mal ein bisschen. Da sind wir jetzt mal ein bisschen. Da sind wir jetzt mal ein bisschen. ja ich bin noch nicht Was haben wir? Okay, heil dich mal! Krass, die Schlange, ne? Er kriegt davon alle nur drauf, echt! Die Diener der Hölle! Ei, 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 ei! Ungerüchtet! Ich bin noch nicht bereit! Die Diener der Hölle! Das war's für heute. Gehen wir runter. Da unten ist da wieder alles versammelt. Das ist positiv, Alter. Was? Der hat schon Leben haben. Ich muss warten. Von allen Seiten hat er gekriegt. Von allen Seiten. Wo ist der weiße Säbel? Der versammelte die Leute. Cool. Das war cool. Mit so vielen Leuten ist das echt cool. Das war mal ein bisschen versteckt hier. Cool. Wo war das auf reingeschaltet? Was? Boah, bis da ganz oben. Krass. Ach du Scheiße. Krasser Shit. Was hat für eine Pause? Cool jetzt. Alles klar. Pause. Danke und bis dann. Ciao. Ciao.